Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ralf Keil. Ich bin der Betreiber von Gentipps.de. In diesem Video zeige ich dir, wie du deine eigene Ahnentafel in FamilySearch anlegen kannst. Wenn du dieses Video gut findest, gib mir ein Like, abonniere meinen Kanal und klicke auf die Glocke, damit du eine Benachrichtigung erhältst, wenn ein neues Video online ist. Wenn du eine Ahnentafel erstellst, fängst du mit dir selber an. Du bist der Proband. Vor dir erscheinen deine Eltern und davor deine Großeltern. Das Ganze sieht aus wie ein kleiner Zweig. Leg das jetzt mal übereinander und drehe den Zweig um, damit du ihn an einen Ast hängen kannst. Ah, hier hast du den richtigen Platz im Geäst eines Baumes gefunden. Hier hängst du unten deinen kleinen Stammbaum daran, beziehungsweise das kleine Ästchen. Das ist dein Bereich am großen Baum. Ein wirklich winziger Teil des gesamten Baumes. Auch andere setzen täglich weitere Äste an den einen weltweiten riesigen Baum. Manchmal nur eine einzelne Person. Oft aber auch ganze gut verbundene Zweige. Kann sein, dass der Einreicher in der Schweiz sitzt. Oder in Brasilien. Eventuell ist es ein Anfänger. Vielleicht sogar ein professioneller Familienforscher. Wenn du nun die Farben änderst und einen Stamm skizzierst, erhältst du das stilisierte Symbol eines Baumes. Das kommt dir sicher bekannt vor, oder? Ja, das ist das Logo von FamilySearch. Das sind viele kleine Bereiche eines riesigen Baumes. Dieser Stammbaum besteht aus Millionen von Familien, die miteinander verbunden sind. Du selbst hast natürlich keinen Überblick, wer da alles integriert ist. Wenn du nun aber an diesem Baum einen deiner Vorfahren anhängst, prüft FamilySearch, ob diese Person bereits in diesem gigantischen Stammbaum für die ganze Menschheit vorhanden ist. Dazu wird zum Beispiel der Name, das Geburtsdatum und anderes zum Vergleich hergenommen. Wenn FamilySearch keine identische Person findet, wird dem Stammbaum eine neue Person angefügt. Mit eindeutiger Personen-ID. Probiere es nochmal mit einer weiteren Person, die du an den Stammbaum anhängst. FamilySearch versucht, identische Einträge zu finden. Oft wird FamilySearch auch fündig und fordert dich auf, zu prüfen, ob es sich hier um dieselbe Person handelt. Wenn du entscheidest, dass es nicht dieselbe Person ist, wird eine weitere Person an den Baum angefügt. Wenn du allerdings erkennst, dass sich dein Vorfahre bereits im riesigen Personenpool von FamilySearch befindet, wird dein Vorfahre mit der existierenden Person verschmolzen. Aus zwei wird einer gemacht. Manchmal hat diese im Stammbaum gefundene Person auch Eltern und Großeltern, die bereits in FamilySearch eingetragen sind. Dann hast du etwas zu feiern, denn du erbst diese Verbindungen. Sei aber trotzdem aufmerksam und prüfe solche Funde. Oft findest du auch Quellenangaben, durch die du die Daten beurteilen kannst. Nun zur Praxis. Lass uns das Ganze mal ausprobieren. Kleine Anmerkung. Ich habe für dieses Video sämtliche Personen und Daten nicht in den Originalstammbaum von FamilySearch eingetragen, sondern in die Beta-Version. Dies ist eine Spielwiese zum Experimentieren. Dort sind oft auch schon Funktionen zum Austesten verfügbar, die es im Originalstammbaum noch nicht gibt. Vor allem aber wirken sich alle Änderungen von Daten nicht auf den Originalstammbaum aus und werden in bestimmten Zeiträumen wieder zurückgesetzt. Du erkennst, dass du in der Beta-Version eingeloggt bist, wenn über dem FamilySearch-Logo rechts oben in Rot Beta steht. Du trägst also deinen Benutzernamen und dein Passwort ein und klickst danach auf Anmelden. Links oben am FamilySearch-Logo steht ganz klein Beta. Du befindest dich in der Testversion von FamilySearch. Rechts oben siehst du deinen Namen. Du bist angemeldet. Allerdings sind weder ein Ehepartner noch Eltern oder Geschwister eingetragen. Auch der Stammbaum sieht noch sehr leer aus. Du kannst von hier aus über ein Pop-up-Fenster zurück zur Personenansicht. Dort fügst du nun einen Elternteil dazu. Deshalb trägst du hier den Namen meiner Mutter ein. Sie ist natürlich weiblich und sie ist noch am Leben. Noch lebende Personen können in den FamilySearch-Stammbaum eingetragen werden. Das ist sogar notwendig, um die Verbindung zu den verstorbenen Personen herzustellen. Nur derjenige sieht die Daten der lebenden Person, der sie auch eingereicht hat. Nachdem du Geburtsjahr und Ort eingegeben hast, kommt nochmals eine Sicherheitsabfrage. Hier kannst du erneut prüfen, ob alles stimmt. Jetzt ist auch meine Mutter in FamilySearch vorhanden. Du hast die Möglichkeit, dies nun im Fächer Stammbaum anzusehen. Klicke dazu im Personen-Pop-up auf Stammbaum und wo vorher nur ich in der Mitte des Fächer Stammbaumes zu sehen war, ist jetzt auch meine Mutter vorhanden. Öffne von dort das Personen-Pop-up-Fenster und navigiere zurück auf die Personenansicht. Du möchtest auch meinen Vater eingeben, den Ehepartner von Luzi Grünke. Hier werden die erforderlichen Daten abgefragt. Vorname und Name Geschlecht männlich und in diesem Fall verstorben Nun macht dich FamilySearch darauf aufmerksam, dass bei Eingabe eines Verstorbenen geprüft wird, ob diese bereits im großen Familienstammbaum vorhanden ist. Dazu musst du die Geburts- und Sterbeinformationen eingeben. Und weiter geht's. Jetzt bist du also an der Stelle angelangt, wo FamilySearch einen möglichen Eintrag entdeckt hat, der sich bereits im riesigen Stammbaum befindet. Nun musst du das prüfen. FamilySearch informiert dich über eine eventuelle Übereinstimmung. Im weltweiten Familienstammbaum wurde ein Franz Keil gefunden. Geburt- und Sterbeinformationen sind nicht nur sehr ähnlich, nein, sie passen sogar ganz genau zu den eingegebenen Daten meines Vaters. Wenn das nicht der Fall wäre, könntest du hier eine neue Person anlegen. Aber in diesem Fall handelt es sich ganz sicher um eine Übereinstimmung. Deshalb startest du die Verschmelzung der beiden Personen. Mein Vater, Franz Johannes Keil, wurde aus dem existierenden Stammbaum übernommen. Hier kannst du auch die Änderungen sehen, die du bis jetzt vorgenommen hast. Sieh dir das Ganze nun mal im Fächerstammbaum an. Nun ist hier nicht nur meine Mutter zu sehen, sondern auch mein Vater. Und du kannst dich freuen. Du erbst einen kompletten Stammbaum, der bereits in FamilySearch vorhanden war. Du hattest zwar nur die Daten meines Vaters eingegeben, aber wie von Geisterhand erscheinen viele Generationen in deinem Stammbaum. Nun bist du wieder bei mir gelandet. Ich bin die aktive Person. Es ist oft wichtig zu erkennen, wer gerade die aktive Person ist, weil sich viele der Informationen auf die aktive Person beziehen. Du erkennst das daran, dass der Name der aktiven Person in fetter Schrift dargestellt wird. Zudem steht die aktive Person oben am Rand des Fensters mit Geburts- und Sterbejahr und mit der oft gebrauchten Personen-ID. Manchmal befindet sich die aktive Person an mehreren Stellen eines Bildschirms, ist aber immer in fetter Schrift dargestellt. Die Eltern der aktiven Person, hier also meine Eltern, hast du bereits eingegeben. Am Schluss gibst du auch noch einen Ehepartner ein. Dabei möchte ich dir eine neue Funktion in FamilySearch zeigen. Es öffnet sich das Fenster zur Eingabe des Ehepartners. Hier gibst du den Namen ein, also beispielsweise Klaus Kleemann. Wahrscheinlich denkst du jetzt, na das ist aber ein Quatsch, der Ralf kann doch keinen Klaus heiraten. Klaus ist doch ein männlicher Vorname. Aber nein, in FamilySearch ist es tatsächlich auch möglich, gleichgeschlechtliche Beziehungen einzugeben. Zur Sicherheit musst du die Eingabe nochmals bestätigen. Dadurch wird Klaus Kleemann nun tatsächlich angelegt. Das Ehepaar Ralf und Klaus ist sichtbar. Sogar beide Symbole sind männlich. Und auch im Fächerstammbaum steht der Partner unterhalb der aktiven Person. So wie bei anderen Ehepaaren auch. Ich möchte diese Testbeziehung nun aber wieder lösen. Also die Person Klaus Kleemann entfernen. Dadurch wird der Ehepartner weggenommen. Die Paarbeziehung wird geändert. Die Person wird gelöscht. Den Grund musst du noch angeben. So, das ist also das Endergebnis deiner Eingabe von nur zwei Personen in FamilySearch. Auf der einen Seite eine noch lebende Person, die nur du sehen kannst und die für alle anderen Nutzer von FamilySearch nicht sichtbar ist. Auf der anderen Seite eine bereits verstorbene Person, die bereits im FamilySearch-Stammbaum vorhanden war. Durch Verschmelzung mit dieser bereits existierenden Person hast du auch gleich eine ganze Menge Vorfahren geerbt, die von anderen Familienforschern zur Verfügung gestellt wurden. Du hast von deren Arbeit profitiert. Nimm nun selbst Teil an dieser weltweiten Forschergemeinschaft und unterstütze diesen tollen weltweiten Stammbaum von FamilySearch, in dem du beispielsweise auf der mütterlichen Seite weiterforscht. Nun weißt du, wie du deine Ahnentafel in FamilySearch anlegen kannst. Prüfe aber unbedingt die dazugekommenen Personen, oft gibt es auch Quellen. Probier das am besten gleich mal aus. Und danke fürs Zusehen. Wenn du meinen Newsletter erhalten möchtest, kannst du unten in der Beschreibung auf den Link zu gentipps.de klicken. Außerdem bin ich gespannt auf deinen Kommentar, den du unterhalb des Videos eingeben wirst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib mir ein Like, abonniere meinen Kanal und klicke auf die Glocke, damit du eine Benachrichtigung erhältst, wenn ein neues Video online ist. Und denke daran, immer, wenn du Personen aus dem FamilySearch-Stammbaum übernimmst, prüfe die hinterlegten Daten auf Plausibilität und zieh dich nach Quellen um. Tschüss und viele Grüße aus Coburg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017